Hi, ich bin Tom von Olympic Auto und sitze gerade in dem weltweit ersten vollelektrischen Cabrio, dem Fiat 500 Lab Prima. Bin total begeistert, echt geflasht, das ist genau das, was der Hersteller uns versprochen hat und freue mich darauf, wenn dann zum Jahresende die ersten Fahrzeuge kommen, mit der ganzen Elektronik, autonomes Fahren, Phase 2, Vollautomatik, Apple Carplay, Voll-LED-Licht, also ich freue mich auf die ersten Fahrzeuge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.